Alles für den Tag geschafft. Da ist mein Stock. Da sind meine Schuhe. Ich glaube, es wäre einer der längsten Tage heute mit knapp 30, 31 Kilometer. Bis knapp vor Honduras, oder nicht Honduras. Ich mache mal ein kurzes Video im Blog. Wir haben hier ein fantastisches Halberge gefunden hier in der Mitte. Wir konnten kostenlos unsere Wäsche waschen. Wir haben fantastisch gegessen. Es gab ein fantastisches Gericht. Fisch mit Salat für einen schmalen Groschen. Also absolut fantastisch. Wieder mal ein absolutes Highlight. Ein Highlight reiht sich an das nächste. Ich verlinke euch das Halberge mal unten in den Beschreibungstext. Ihr merkt schon, ich zwinge mich gerade hier dazu das Video zu machen, weil ich nicht mehr kann. Ich habe gerade den Herbergs Vater noch getroffen. Der macht fantastische Schmerzen. Ich habe gerade den Herbergs Vater noch getroffen. Der macht fantastische Stimmeimitationen. 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 Ah, die Anstrengung. Stimmeimitationen. Stimmeimitationen. Oh, nice. Wer hat doch das einfach meiste, die geistige Erkenntnis des Tages, man muss sich nicht zu ernst nehmen. Ich geh jetzt mal ein bisschen weg nicht, dass ich dann noch GEMA-Probleme kriege mit der Musik da vorne. Ja, heute Morgen um 7.30 Uhr von Burgos aufgebrochen und dann in ein Café sozusagen eingebrochen. Das hat er noch nicht geöffnet, aber ich bin einfach reingestirnt und habe gesagt, Kaffee, Käffchen. So, und der letzte Senior hat uns dann direkt einen warmen Kaffee gemacht. Was? Saukalt! 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 Klettert etwas auf und wir kamen dann mehr und mehr in eine fantastische Landschaft. Wirklich grüne Felder, soweit das Auge sehen kann. Grün, grün, grün. Überall. Und niemand da außer uns. Wirklich. Fantastisch. Ja. Dann einen fantastischen Blick auf dieses erste kleine Örtchen. Das war das vorletzte kleine Örtchen, bevor wir hier unseren Zielpunkt erreicht haben. Ich bin hier eine ganze Weile aufgehalten. Ich habe die Maike getroffen. Ein Bus voller asiatischer Touristen hielt dann plötzlich an einer Bar. Und da stiegen irgendwie 40 Touristen aus und bevölkerten diese Bar. Und ich wollte eigentlich auch nur ein Kaltgetränk. Und ich bin dann in diese Bar rein und die saßen dann alle am Tisch und unterhalten, reden. Ich stelle mich an die Bar, auf den Kühlschrank, nehme mir ein Kaltgetränk raus und mache das direkt auf, suche den Barkeeper und all diese 40 Leute mit einmal stumm blicken zu mir. Wirklich. Ich guck so. Und dann einer von denen. Very sarcastic. Very sarcastic. Und dann ist sein Kunde. Und dann kam später auch der Barkeeper. Haben wir 2 Euro für so eine kleine Flasche berechnet. Naja. Ein bisschen Bucher ist hier schon. Kann man nicht abstreiten. Aber es gibt auch sehr wahnsinnig viele günstige Lokale. Wirklich ein Glas Wein für 1,20 Euro oder halt auch eine Limo für einen Euro. Ja. Das gibt es auch. Und der Weg dann war dann sehr, sehr schön. Bis zur letzten Stunde. Begannen dann die Beine aber so richtig zu feuern. Da gab es richtig, richtig Feuer. Die ganze Unterseite von den Füßen. Boah. Da musste ich mich wirklich durchquälen die letzte halbe bis ganze Stunde. Und dann haben wir es geschafft. Ich möchte dann einfach auf einen Sessel fallen lassen. Und habe wieder so eine leckere Zitronenlimon getrunken. Und konnten wir noch Wäsche waschen. Und wir waren die Einzigen hier. Maik und ich waren die Einzigen hier in dieser schönen Herberge. Ich verlinke euch die wie gesagt. Absolut cool. Absolut mega cool. Herbergs Vater wie gesagt. Komiker. Aber sehr, sehr nett. Und. Ja. Haben wir uns eigentlich nur noch gechillt. Eigentlich haben wir dann nur noch gechillt. Irgendwann kam noch der Sato dazu aus Japan. Den kannten wir schon. Der Maik hat den schon am ersten Tag mal gesehen. Ich habe den getroffen an der Weinquelle. Da bei dem Kloster wo es gratis Wein gab. Da lief mir der über den Weg. Ich habe mit dem schon gequatscht. Und ja. Den haben wir jetzt hier wieder getroffen. Und ja. Jetzt sind wir jetzt zu dritt. In dieser Herberge für 40 Leute oder so. Also Nebensaison ist absolut die Zeit in der man durchaus wandern kann. Wenn das weiter stimmt. So. Ich halte es mal ein bisschen kürzer. Weil heute ist nicht so wahnsinnig viel passiert. Wir sind halt gewandert. Und heute war schon Tag 13 auf dem Camino Frances. Der Jakobsweg. Tag 13. Ich wandere hier 13 Tage schon durch Nordspanien. Das ist unfassbar. Morgen ist Tag 14. Das ist schon keine Pause in Süchtung. Mal gucken. Morgen sind es wieder 30 Kilometer knapp. Aber morgen erstmal unsere Taschen schicken. Das haben wir schon organisiert. Zur nächsten Herberge. Der nächste Herberg ist wieder. Ja. Sehr sehr günstig. Ich glaube nur 10 Euro. Aber wir haben alle ein Einzelzimmer. Also. Man muss ein bisschen aufpassen. Die Leute machen das meistens über Booking. Über Booking. Gucken die so ihre Alberge oder Zimmer. Ist so. Das machen wir auch. Aber. Wir tickern die Alberges auch über WhatsApp an. Wir haben alle Nummern. Die kriegst du im Pilgerbüro. Im Saint Jean Pierre de Port. Du kriegst die aber auch über das Internet. Und dann tickerst du die einfach an. Die Antworten innerhalb von wenigen Minuten. Und man kann sich dann da schon ein Zimmer reservieren. So. Es wird nur Wäsche gemacht. Ja. Man darf sich nicht so ernst nehmen. Man darf sich nicht so ernst nehmen. Der ist selber Pilger und er wandert auch jeden Tag. Zehn Kilometer. Dreimal zehn Kilometer. Morgens zehn Kilometer. Nachmittags zehn Kilometer. Und wenn er es schafft. Nachts. Ja. Ich habe ja zwei Deutsche kennengelernt. Die haben mir gesagt. Zwei deutschen Namen. Die haben mir gesagt. Das macht süchtig. Mich noch nicht. Aber mal gucken. Da ist mein Bett. Da ist der Sato. Hey. Da ist der Maik. Ja. Und heute lassen wir uns ganz, 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 ganz früh in die Kiste fallen. So. Genau. Das ist glaube ich. Gerade mal 8 Uhr oder so. So. Ich will dich nicht überstrophozieren. Wir sehen uns morgen. Ich mach das jetzt so dunkel. Tschüss. Festroyal. Ich mach das alles noch. ich trappfi. Amort skillederEE azure mine腳.